hallo leute ich grüße euch heute am donnerstag den zweiten juli 2024 ihr sollt nicht zu mir kommen ihr müsst rein kinder los rein geht rein die chefin kommt und jetzt achtet auf den besten hahn aller zeiten er steht da vorne da steht der hahn und erwartet die sind natürlich bisschen dumm dahin gehen rein ihr müsst rein ich weiß nicht was sie da so lange rum mehr hat mein gott ich stehe im regen du machst so lange so so und der beste hahn aller zeiten geht ja als letzter rein echt na gut jetzt nicht ganz ein Huhn ist nach ihm aber zack ich glaube die sind alle drin kann das sein ja die vögel müssen dann da übernachten können am morgen wieder raus so ich muss die tür noch zu machen ja hier ein bisschen randsteine gesetzt aber scheint im großen ganzen dicht zu sein alles okay ich mach mal die kamera aus denn die kann nässe nicht unbedingt ab nein ich werde hier in die tasche stecken ja was soll ich sagen ich wünsche euch noch einen schönen abend morgen auf lkw bis dahin bleibt mir alle gesund und macht schön gut